Zum zweiten Mal findet auf StarTVs Independent Film Festival statt. Du kannst jetzt die nominierten Filme vom zweiten Independent Film Festival bewerten. Damit nimmst du automatisch an der Verlosung teil und bist mit ein bisschen Glück an der Abschlussfeier am 7. Oktober im Kino mit dabei. Das zweite Independent Film Festival vom 1. bis zum 30. September nur auf StarTV.